Hallo zusammen, der Zay-Token hat seit Mitte Dezember eine unfassbar gute Performance hingelegt und printet seit Wochen eine dicke grüne Kerze nach der anderen und es vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo der Zay-Token nicht mindestens 10% Gewinn macht, sehr häufig sogar 20-30% innerhalb von 24 Stunden. Und das umso mehr, seit sich jetzt der Rummel um Solana ein wenig gelegt hat und Zay gilt dabei als der neue Ethereum-Killer und wenn das stimmt, dann sind hier immer noch locker 100x drin. Zeit also, sich das Projekt einmal näher anzuschauen. Der ganze Hype um Zay ist eigentlich ziemlich erstaunlich, weil der Start von Zay vor ein paar Monaten ja eher unglücklich verlaufen ist. Zum einen erinnere ich mich noch gut daran, dass dieselben Influencer, die Zay heute hochjubeln, letztes Jahr noch über die üblen Tokenomics gemotzt haben und Zay wurde damals in den selben Topf geworfen, wie zum Beispiel Aptos und Zui, nämlich als ein VC-Coin, ein Money Grab des bösen Silicon Valley Kapitals mit wenig Rücksicht auf die wahren Kryptowerte, wie zum Beispiel Dezentralisierung oder auch Community. Und immerhin hatte man damals super gierig fast 50% des gesamten Token Supplies für sich selber und für das Seed-Kapital reserviert und nicht wie sonst eigentlich eher üblich so um die 30% und zu allem Übel waren dann auch noch nur mickrige 3% reserviert für einen möglichen Community-Airdrop. Und als dann der Airdrop endlich kam im August, war dann umso klarer, dass irgendwas gehörig faul war im Staate Dänemark. Und zwar, weil wurden alle Testnetz-User von Zay komplett außen vor gelassen und bekamen vom Airdrop einfach nichts ab. Stattdessen hat man diejenigen berücksichtigt, die irgendwann mal irgendwas auf Ethereum, Solana oder anderen Chains gemacht haben, aber dann auch irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar wie so und weshalb und was man eigentlich machen musste, um jetzt am Airdrop teilzunehmen. Und insofern für mich sehr, sehr gut nachvollziehbar der ganze Ärger. Also wenn man sich schon so intensiv mit dem Projekt befasst, dass man das Testnet ausprobiert hat, dann fragt man sich schon ein bisschen, warum man da eigentlich leer ausgeht und andere belohnt werden, die sich so überhaupt gar nicht mit Zay beschäftigt hatten. Aber scheinbar ist das alles jetzt schon total vergessen und Zay ist richtig durchgestartet und Anfang Dezember stand der Zay noch bei 27 Cent und ist dann auf fast 90 Cent geklettert. Hat sich also verdreifacht in nur einem Monat und das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr gute Performance. Aber da ist auf jeden Fall auch noch jede Menge Luft nach oben. Woher kommt jetzt eigentlich der plötzliche Hype und was beflügelt die Fantasie derjenigen, die den Token jetzt trotz des 3x immer noch kaufen? Also als erstes denke ich, ist das entscheidende Feature von Zay natürlich die Performance der Blockchain. Es gibt ja seit einiger Zeit dieses Narrativ, dass Ethereum zu langsam und zu teuer ist und das stimmt sicherlich auch und dass es jetzt abgelöst wird von etwas, das besser performt in Bezug auf die Einfachheit, auf die Gebühren und auf die Geschwindigkeit. Und das hat ja dazu geführt, dass Solana in letzter Zeit verstärkt als Ethereum-Nachfolger gehandelt wird und Ethereum wirkt auf viele einfach viel zu alt, zu kompliziert, zu teuer und damit einfach auch irgendwie überholt und scheint irgendwie auch abgewirtschaftet zu haben. Und dabei ist das dann auch irgendwie komplett egal, ob das überhaupt stimmt und auch, dass Ethereum viele, viele Stärken hat gegenüber Solana. Und die Frage ist einfach immer wieder, was kommt als nächstes? Also welches Narrativ kann einem die größten Gewinner bringen? Und damit ist natürlich klar, nach Ethereum kommt Solana, aber was kommt denn dann jetzt nach Solana? Und Zay hat sich da von Anfang an sehr gut positioniert und beansprucht für sich selber, dass es immerhin über doppelt so schnell ist wie Solana. Und das gilt in Bezug auf die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde mit 20.000 gegenüber Solana, nur 10.000 und auch in Bezug auf die Finalität der Transaktionen. Eine Transaktion auf Zay ist schon nach 390 Millisekunden final, während das bei Solana nach etwa zwei Sekunden erst der Fall ist. Und das heißt, dass Solana zwei Sekunden braucht, bis man sich darauf verlassen kann, dass eine Transaktion tatsächlich in die Blockchain aufgenommen wurde. Und in der Zeit, wo man darauf bei Solana noch wartet, kann man bei Zay schon sechs weitere Transaktionen durchführen, die sich dann auf die Ausführung der ersten der Ursprungstransaktionen verlassen können. Und für den normalen Wallet-User ist das eigentlich komplett wurscht. Und weil kaum einer wird innerhalb einer Sekunde zwei oder drei Transaktionen raushauen, also nach dem Motto, hier der Wallet-User, der schneller Transaktionen signiert als sein eigener Schatten oder so, keine Ahnung. Aber das ist vor allem jetzt beim Zahlungsverkehr und beim Trading tatsächlich super wichtig. Zum Beispiel könnte eine Art Trading-Bot auf Zay auf die Ausführung einer Stop-Loss-Order warten und dann innerhalb derselben Sekunde noch eine neue Position aufmachen, während das bei Solana sechsmal länger brauchen würde. Und das klingt tatsächlich ziemlich vielversprechend. Und eigentlich müssten die Trading-Plattformen und die Zahlungsdienstleister jetzt schon Schlange stehen, um auf Zay durchzustarten. Und die Blockchain, die ist ja schon seit immerhin sieben Monaten live. Und wo sind dann nun die Projekte, die man hier mal ausprobieren könnte? Und einen Überblick findet man hier auf der Website von Zay unter dem Punkt Ecosystem. Und tatsächlich werden hier hunderte von Projekten gelistet. Alleine im DeFi-Bereich haben wir locker 20 oder 30 Projekte, unter anderem sogar so Namen wie SushiSwap. Und hier bei den Kategorien auf der linken Seite findet man so spannende Sachen wie zum Beispiel Real-World Assets oder sogar Institutions, also sowas wie Banken oder Versicherungen oder Finanzdienstleister. Nur leider, wenn man sich dann die einzelnen Projekte hier anschaut, dann ist kaum irgendwas davon wirklich mit einer Anwendung live auf Zay. Einige Sachen sind schon komplett weg oder haben einfach echt nie existiert. Viele der Links hier, die führen einfach ins Nirgendwo. Und vieles andere ist offenbar irgendwelche Partnerschaften, die mal irgendwie abgeschlossen wurden, damit sich hier die Liste füllt und das Ganze nicht aussieht wie so eine Art Geisterstadt, wo dann einfach überhaupt nichts los ist. Aber wenn man hier bei DeFi-Lama mal nachschaut, was eigentlich schon live ist auf Zay und was auch wirklich TVL hat, dann sind das nicht einmal eine Handvoll Projekte mit fast um die 10 Millionen US-Dollar gebundener Liquidität. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher Witz. Und da wären vor allem das Projekt Astroport zu nennen. Das ist ein dezentraler Exchange und dann kommt ganz lange erstmal echt überhaupt gar nichts mehr. Auf Astroport ist dabei dann der Löwenanteil der Liquidität in einem einzigen Pool, nämlich Zay USDC. Und alle anderen Pools sind mehr oder weniger komplett leer. Das heißt, man kann hier eigentlich nur Zay kaufen und verkaufen und sonst gar nichts. Und das leider auch mit einer sehr, sehr hohen Slippage. Man verliert hier schon locker 10%, wenn man in den Zehntausender-Bereichen irgendetwas swappt. Also immerhin muss man anerkennen, dass es zwei sehr, sehr gute Wallets gibt, die hier in der Liste eigentlich gar nicht auftreten bei DeFi-Lama. Und das wäre das FIN-Wallet und Kompass. Wobei meiner Meinung nach das bessere von beiden Wallets Kompass ist, weil es auch eine Art Ledger-Anbindung unterstützt. Und dann gibt es noch zwei Bridges, die auch sehr gut funktionieren. Das wäre zum einen die Bridge von Zay selber. Und hier bekommt man sogar ein bisschen Zay geschenkt, wenn man das erste Mal Assets zu Zay rüberholt. Und dann gibt es hier auch noch Rocket X, bei dem man also wirklich sehr, sehr flexibel von fast überall aus mit seinen Assets nach Zay kommt. Und an der Infrastruktur kann es also tatsächlich wirklich gar nicht liegen. Und alle Links zu den ganzen Projekten, die ich jetzt aufgezählt habe, findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung, falls ihr da einfach mal selber reinschauen wollt. Und naja, Zay ist also wirklich tatsächlich bereit für mehr Aktivität. Und es ist auch alles da, was man so braucht. Also Wallets, Bridges und sogar ein Exchange. Aber eben keine Liquidität und keine spannenden Projekte. Und wieso gibt es dann eigentlich keine Anwendungen? Und wieso, woher kommt dann eigentlich jetzt der ganze Hype? Und die Lösung dieses Rätsels liegt in den Plänen für die Version 2, die jetzt schon Anfang 2024 in die Testphase gehen soll und dann noch im ersten Halbjahr, also in wenigen Wochen, live gehen soll. Und das, was ich jetzt erzähle, ist quasi also der bullische Case für Zay. Und zwar Version 2 soll nämlich auf derselben Technologie basieren wie Ethereum, also auf der EVM, wobei aber die Geschwindigkeit von Zay mit 20.000 Transaktionen pro Sekunde weiterhin bestehen bleiben soll, weiterhin angeboten werden soll. Und das heißt, es wird zigtausendmal schneller und natürlich auch billiger sein als Ethereum, aber gleichzeitig komplett alles aus dem Stand unterstützen, was auf Ethereum auch schon läuft. Also ich rede hier zum Beispiel von Metamask als Wallet, von Aave als Money Market und nur eben tausendmal schneller und für Gebühren im Bereich von unter einem Cent. Und das alles auf einer einzigen Blockchain, also kein Bridging notwendig, kein Layer 2 Spaghetti, wie man es jetzt von Ethereum in nächster Zeit weiterhin erwarten kann. Und das alles schon quasi wirklich in der ersten Jahreshälfte, also in ganz, ganz wenigen Wochen. Wir reden hier also von einem Projekt, das zweimal schneller ist als Solana und Solana outperformt Ethereum ja schon um einiges und ist dabei so viel billiger und auch noch viel einfacher zu bedienen. Aber Solana hat dabei natürlich ein riesiges Problem, keine großen Anwendungen. Und Ethereum hat einfach so dermaßen viele Anwendungen im Vergleich zu Solana und eine so große Community, da kann Solana eigentlich noch sehr, sehr lange Zeit nicht mithalten. Und wenn man sich jetzt mal Zay anschaut auf der anderen Seite, dann lassen sich ja alle Sachen, die jetzt schon auf Ethereum laufen, bald super simpel eins zu eins auf Zay kopieren. Man hat also quasi die ganze Community, die ganzen Tools, alles was es auf Ethereum gibt, plus dann die Performance von Solana und sogar noch etwas mehr Performance. Und das könnte die TVL, also die gebundene Liquidität, die da reinfließt, mit dem Release der Version 2 förmlich zum Explodieren bringen. Man muss sich einfach mal vorstellen, man hätte jetzt Avel, Uniswap, Metamask auf Zay, so ein paar Bridges von Solana oder von Ethereum zu Zay hin und dann gehen auf einmal im Bullenmarkt die Gasgebühren bei Ethereum hoch auf, sagen wir mal so 30 Dollar pro Transaktion. Und das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch schon gesehen. Und Solana hat ja deshalb auch noch so wenige Anwendungen, weil man da einfach alles nochmal von Grund auf neu erfinden muss, was es auf Ethereum schon seit mehr als fünf Jahren gibt. Und dann muss man auch noch die ganze Liquidität von Ethereum abwerben und das dauert einfach tierisch lange. Also jetzt mal nicht falsch verstehen. Also ich glaube, dass Solana eine Chance hat, sich über ein stetiges und konstantes Wachstum an der Spitze auch zu etablieren. Aber Zay nimmt da quasi die direkte Abkürzung dadurch, dass es Ethereum kompatibel ist und Ethereum letztendlich technologisch gesehen komplett kopiert. Und wenn ich mir das alles so überlege, dann kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, warum Zay jetzt auf jeden Fall gekauft werden muss. Aktuell steht der Token bei 70 Cent und die Marktkapitalisierung, die liegt bei 1,6 Milliarden US-Dollar. Wenn man also mal ganz großzügig annimmt, dass Zay irgendwann Solana einholen wird mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 42 Milliarden, dann stünde der Zay bei 18 US-Dollar und das wäre etwas mehr als ein 25X von heute aus gesehen. 1.000 Dollar in Zay heute investiert, wären dann also 25.000 Dollar. Und wenn Zay das schaffen würde, Ethereum zum Beispiel einzuholen, dann wäre das locker sogar noch mal ein 100X obendrauf. Und das ist also schon mal das bullische Szenario für Zay. Und auf der anderen Seite erklärt das aber auch gut, warum es fast überhaupt gar keine Projekte auf Zay gibt. Und das wäre dann jetzt also quasi mal das bärische Szenario. Also, weil es ist ja klar, warum es keine Projekte gibt. Ich meine, wieso sollte man jetzt noch etwas für Zay in der aktuellen Version entwickeln, was quasi nirgendwo anders läuft als auf Zay. Und später kann man ja dann einfach mal schnell irgendwas von Ethereum rüberkopieren, was es da ja schon ganz lange gibt und was erprobt ist. Man muss jetzt also einfach nur warten. Und die Ankündigung von Version 2 hat jetzt also erstmal sämtliche Neuentwicklungen auf Zay komplett abgewürgt. Und jetzt nicht nur das. Ich finde es auch höchst bedenklich der Community gegenüber. Also, man muss sich mal in die Situation der Wallet-Entwickler von zum Beispiel Compass oder vom FinWallet versetzen. Da hat man also jetzt Monate ein Wallet für Zay entwickelt. Und man hat jetzt total die Nase vorn, was zum Beispiel Marktanteile angeht, und bekommt dann plötzlich so eine dicke, fette Konkurrenz wie MetaMask vor die Nase gesetzt. Also, glaubt ihr, dass noch irgendein User Compass oder Fin verwenden wird, wenn MetaMask Zay einmal aus dem Stand unterstützt? Und will man wirklich jetzt einen neuen Exchange entwickeln, wenn bald zum Beispiel Uniswap um die Ecke kommt oder Curve? Und was wäre eigentlich, wenn man bei Zay den Fokus tatsächlich nicht so sehr auf die Community legen und auf nachhaltige Entwicklung setzen würde? Also, immerhin kommt diese langsame Adaption von Zay dem Entwicklerteam relativ gut zu Pass. Also, wie gut die Performance von Zay tatsächlich ist, das würde sich jetzt gerade also ziemlich gut zeigen, wenn es wirklich Anwendungen gibt, die auch genutzt würden. Und dann würde man schnell sehen, ob die 20.000 Transaktionen pro Sekunde wirklich real sind. Aber so wie es jetzt ist, also wird man das in der Praxis eigentlich nie wirklich erfahren. Ich meine, die Tokenomics bevorzugen ganz klar auch die Investoren gegenüber der Community. Also, vor allem im Vergleich zu anderen Projekten, wo das Team und die Investoren üblicherweise höchstens 30% der Tokens für sich reservieren und nicht die Hälfte. Und dann verprellt man auch noch die Early Adopters, die mit so einem verpatzten Airdrop und stößt die Entwickler vor den Kopf, die als erste voll auf Zay gesetzt haben. Und das macht man nur, wenn man entweder eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wie man im Cryptospace sich wirklich langfristig etabliert oder wenn man darauf eigentlich so überhaupt gar keinen Wert legt und stattdessen eher den Fokus so eines Hedgefonds hat, der ein Projekt innerhalb kürzester Zeit hypen will, um dann auf dem Höchststand seinen Exit durchzuziehen. Also, was, wenn das alles eine geniale Marketingstrategie wäre, die die kurze Aufmerksamkeitsspanne der Krypto-Community perfekt ausnutzt und Einheit nach dem anderen produziert, um den Token jetzt im Preis richtig hoch zu pushen. Und wenn man sich jetzt die Token-Verteilung genauer anschaut, dann werden die Anteile der Investoren und des Teams zu einem sehr großen Teil Anfang 2025 frei. Also, in diesem Jahr hier passiert da erstmal überhaupt nichts und dann ab Januar nächsten Jahres geht es dann sehr, sehr schnell, dass die Tokens der Investoren rauskommen und auf den Markt kommen und gedankt werden. Und das wird den Token-Preis nächstes Jahr auf jeden Fall belasten. Soweit also der bearische Case für Zay. Und das sollte man auf jeden Fall vor Augen haben, wenn man jetzt Zay nochmal kaufen will. Und ich glaube dabei auf jeden Fall auch, dass der Token-Preis noch Potenzial nach oben hat. Im Gegenteil, also der Hype ist real und der wird auch weitergehen bis zum Exit der Investoren nächstes Jahr. Und wer weiß, vielleicht steht der Token ja dann tatsächlich auf 8 Dollar und fällt dann runter durch diesen Token-Dump auf 5 Dollar oder so. Und das wäre dann eigentlich irgendwie auch kein Problem, wenn man jetzt für unter einen Dollar eingekauft hat. Und daher habe ich für mich jetzt auch beschlossen, nur eine sehr, sehr überschaubare Summe in Zay zu investieren und hier so ein bisschen auf der Hype-Welle mitzureiten. Aber ich werde das Ganze ziemlich genau im Auge behalten. Und wenn der Release der Version 2 sich erheblich verzögern sollte oder vor dem Ablauf des Jahres zum Beispiel das Projekt schon wieder komplett die Richtung wechseln sollte, dann habe ich für mich die Bestätigung, dass das alles Vaporware ist, was sie da verkaufen und auch rausgehen aus dem ganzen Investment. Immerhin gibt es ja noch einige weitere Projekte, die auf dieselbe Technologie, also die Parallelisierung von Ethereum setzen, wie zum Beispiel die Neon EVM oder wie Monad. Und auch die Links, die packe ich unten in die Videobeschreibung rein, wie ihr es von mir gewohnt seid. Dann könnt ihr euch da selber auch mal ein Bild machen, wie die Konkurrenz so aussieht und wie die so vorgehen. Falls ihr Zay einfach mal ausprobieren wollt, ich mache sicher auch noch ein kleines Tutorial, wie man Zay kauft, wie man Wallet eins laufen kriegt, wie man das Bridging durchführt und so weiter, wie man also Assets rüberkriegt zur Zay und wieder runterholt. Und das Video, das blende ich dann hier jetzt mal ein, wenn es dann fertig ist. Und ansonsten würde ich empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn dieses Tutorial rauskommt. Und bis dahin erstmal alles Gute, viel Erfolg. Tschüss.